Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Erik Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich eine kurze Frage beantworten und zwar wurde ich gefragt, wie kann ich die Sprache in Visual Studio Code verändern? Ja, was bedeutet das? Also wenn ihr Visual Studio Code das erste Mal installiert, dann werdet ihr sehr schnell merken, dass alles in Englisch ist. Also ihr seht auf der einen Seite die Top Bar, die ist wirklich Englisch geschrieben, also File, Edit, Selection, View und so weiter. Und auch in den Settings, in den Einstellungen ist alles Englisch. Ja, und jetzt gibt es ja auch viele Leute, die können nicht wirklich Englisch oder sind vielleicht auch ein bisschen bequem. Und aus diesem Grund hat mich jemand gefragt, ja wie kann ich diese Sprache ändern? Ja, das ist ganz einfach. Als erstes öffne ich hier oben dieses Menü, also Shift-Command-P und dann kann ich hier direkt nach Language suchen, also konfiguriere Display Language und wenn ich da aktiviere, also Enter klicke, dann habe ich hier eine große Auswahl. Also ich habe jetzt hier Englisch, Deutsch drin, dann habe ich natürlich hier noch, was könnte das sein, Chinesisch, dann habe ich hier Japanisch, Spanisch, Russisch und so weiter. Also hier hat es ein paar Sprachen drin, ihr könnt die dann einfach auswählen und Enter klicken oder dann, ja, so wie ich es jetzt mache, einfach hier bei Deutsch auswählen. Ihr seht, ich habe es bereits installiert, denn ja, auch ich bin manchmal ein bisschen bequem. Und dann klicke ich einfach Enter und danach wird dieses Programm neu gestartet. Ja, und wenn es neu geladen ist, kann ich nochmal das Menü aufrufen und jetzt seht ihr, jetzt ist alles in Deutsch, Anzeigesprache konfigurieren, Einstellung und so weiter und so fort. Ja, vielleicht noch eine kleine Warnung, wer das auf Deutsch umstellt, der wird sehr schnell merken, es gibt hier zum Teil dann eine Mischung aus Deutsch und Englisch und die ist nicht immer sauber übersetzt. Also da kann man dann wirklich zum Teil ziemlich lang hier nach Einstellungen suchen, bis man die richtige Wortwahl gefunden hat. Ja, ich hoffe, diese kleine Anleitung für Visual Studio Code hat dir geholfen. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ja, ich hoffe, ihr gebt mir auch noch einen Daumen hoch bei diesem Video, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, tschau.